Weiter geht's. Warte mal, was war das denn für ein abgefahrenes Fenster, Alter? Oh mein Gott, stellt euch mal vor, das ist, oh mein Gott, ist das gruselig. Imagine, das ist euer Zimmer. Und dann habt ihr so ein Fenster. Never before seeing footage. Ja, gut. Das könnte auch einfach eine Wasserflasche sein. Also der Schatz von der Wasserflasche. Ich meine, dass irgendwas wird ja von hinten angeleuchtet, ne? Dadurch wirkt der Schatten größer, also wenn es jetzt ein Gegenstand ist, ein kleinerer Gegenstand, dann wirkt der Schatten natürlich größer so. Das muss jetzt keine Person sein. Das Haus hat sich immer mehr Sinister und aggressiv. Das Haunting hat sich so extrem, dass es nun so ist, dass die Spirits sind eigentlich auch zu Hurt Kent. During a spirit box session, Kent captures a chilling message. Was, was hast du gesagt? Was, was hast du gesagt? Ja, der bipockt einfach ein bisschen. Ja, der will dich fronten. Warte mal, dieses Gerät, was man hört, das ist doch ein Radio, was die ganze Zeit, also der switcht die ganze Zeit zwischen Radiofrequenzen und das soll eine Möglichkeit sein, weil ab und zu hört man ja stimmen, weil er irgendwie, keine Ahnung, random Radiostationen empfängt und dadurch sollen sich Sätze ergeben, die ein Toter bzw. ein Geist hier kommuniziert. Damit kommunizieren Geister. Der geht sehr schnell durch alle Sender durch, das geht wirklich. Ja, aber kann so ein normales Radio das auch? Oder muss man das irgendwie einstellen? Ich hab das gesehen. Nein. Da war jemand. Okay, jetzt mal ohne Spaß, ne. Jetzt mal, guck mal, jetzt mal Real Talk, Leute. Ich würde wirklich mal jetzt gerne diesen Real Talk führen. Der Typ ist Ghost Hunter, ne. So, der Typ ist Ghost Hunter und seine Arbeit bzw. das, was er auf YouTube macht, hat ja mit Filmen zu tun, mit Videoqualität, mit keiner Ahnung. Seien wir jetzt mal ehrlich, womit wurde das gefilmt? Also, mir fällt keine Kamera ein, die so schlecht filmt. Also, selbst meine alte Vlogging Cam, also dieses kleine Ding hier so, das wird nachts tausendmal besser filmen als das. Der muss ja seine Sony Ericsson 33C rausgeholt haben, aus dem Jahre 2005 oder wann auch immer das rausgekommen ist, extra damit gefilmt haben, damit das so scheiße aussieht. Das kann mir doch keiner erzählen. Es gibt nicht mal solche schlechten Kameras. Das gibt's einfach nicht. Wo findest du so eine schlechte Kamera heutzutage? Oh, war da jemand? Ich dachte, wo ist da jemand? Oder oben bei der Küche? What the hell? What the hell? There is no doubt that if I stepped down on that water, I would have been electrocuted. Oh. The heater motor was in the water and for some reason a breaker... Okay, wenn der ein Schritt weitergegangen wäre... Dead. I have never tripped. And on top of the fact that that water was splashing all over the breaker panel. I have no doubt. If I would have stepped down on that water, I would have been dead. And the only thing that saved me was remembering the voices just prior that said kill Kent, murder Kent. That's what stopped me from stepping down on that water. I mean, der Geist hat es fast geschafft. Fast hätte er erkennt umgebracht. That's just weird. Also, was ich hieran interessant finde, klar, also die Qualität ist komplett scheiße, aber ich finde den Plot und die Aufmachung hier ganz cool. And high voltage lines are making contact with the water. Kent is convinced that he could have lost his life if he hadn't been so wary of the ominous threats that he had received earlier. Genau, da war Strom im Wasser. So, wenn er das Wasser berührt, dann... Bzzzzt. Rip. Oh, mein Gott, was zur Hölle? Ja, aber das kann schon wieder... Oh, mein Gott, ich hasse solche Kameras so. Das kann wieder alles sein. Die Sache ist, versteht mich nicht falsch, also mir ist natürlich bewusst, dass wenn du mit so einer Kamera abends filmst, dass die Qualität nicht so gut ist. Das ist mir absolut bewusst. Äh, das Bild krisselt. Aber so eine Qualität, was ist das? Das ist ja nicht mal 240p. Wisst ihr, was das für eine Qualität ist? Das ist, wenn man im Jahre 2005 bei Kinox.io oder damals hieß es einfach nur Kino.io irgendeinen illegalen Film angeguckt hat von einer Person, der das im Kino mit einer schlechten Kamera abgefilmt hat. So eine Qualität ist das. Und einfach steppt aus und ins kaltes Kinox. Das ist das. dass die Haus in Carmel, Maine ist sehr verhautet von etwas Sinistern. Um, die Chance zu kommen in und investigieren die Landhaus ist wirklich eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Die Amount der Aktivität und Interaktion ist einfach mind-blowing. Aber was du denkst? Let me know in den Kommentaren. In diesem nächsten extrem schrecklichen Video von Japan. Also bisher fand ich jedes Video irgendwie ein bisschen wack. Also ich muss ehrlich gestehen, normalerweise gucke ich super gerne Nuke's Top 5, aber diese Folge ist irgendwie nicht gruselig und ein bisschen schlecht gemacht. Wobei Mr. Nuke kann natürlich nicht viel für. Aber das sind halt irgendwelche Compilations. Er hat das ja nicht gedreht. Aber die letzte Folge war geil von Nuke's Top 5, die wir letztens gesehen haben. Real Estate agents can be seen giving a tour of an empty apartment to a potential renter. The woman is interested in renting and says that she is surprised by the low monthly price. As she tours the apartment, she records a video with her phone to review later. But when she's all alone in one of the apartment's bedrooms. Warum hat ihre Roomtour diese Color Correction? Das ist ja ultra dunkel und ultra blau. Things take a terrifying turn. Ah, jetzt sieht's nochmal aus. Ja, ja, tatsächlich. Ja, ja. Es gibt noch eine, also... Ah, ja, ja. Es gibt noch eine. Ah, die sind die. Ja, die sind die. Ja, schauen wir mal. Okay, das ist eine Besichtigung. Ah, wo ist die? Ja, die japanische Wohnung. Ah, und die Miete ist relativ gering. Ah, die wären Tagsüber da. Weil es sah gut aus, als wäre das Tagsüber, damals Nacht. Aber es wird rumpiert, aber wenn sie weg sonst wären... Ah, ja, dann geht dasitte. Ah, da sind wir hier. Ah, da sind wir. Oh, nein, yes. Hier ist ein. Ich hatte die Bewusstsein, nenne ich meinem Geist. Ok, das ist ein. Was war so? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, das ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, das ist das? Und wer macht denn spätabends mit der Wohnungsbestimmung? Ja, es muss ja nicht spätabends sein. In Japan wird es schon um 17 Uhr dunkel. Auch im Sommer sogar. Das wird jetzt aufgehen. Ich schwöre, das wird jetzt aufgehen. Das erste bisschen gruselige Video. Als ob man so filmt. Man filmt das wie so ein Horrorfilm. Als ob das irgendjemand bei so einer normalen Roomtour machen würde. Ja, so filmt man eine Roomtour. Ja, man macht das so richtig lang. Ja, komm. Yo. Man macht das so auf. Was war das? War das eine Hand? Das ist ja einfach ein Horrorfilm. Wieso ist die da überhaupt alleine? Ja, halt dein Maul. Was war das? Okay, das war cool. Die Frau ist in Angst, wenn zwei pfeilige Hände sie bei den Längen. Aber das ist auch so typisch japanischer Horror, ne? Das erinnert mich so krass an Grudge. Ich glaube, der Bruder sieht nicht gut aus. Er sollte mal wieder essen. Ist ein bisschen blau im Gesicht. Ja, die ist ja auch groß. Er hat sie umgebracht. Ich glaube, das ist real. Du entscheidest. Du entscheidest. Das nächste Video war es von Nukestop5 auf, der wünscht sich nur Anonymous zu bleiben. Er explained in his email, er sei in den USA und ist in ein US-Military-Post in Deutschland. Er sagt, dass zwei his friends waren, auf eine Regular-Patrol, nach der creepy alten German-Chapel. Er war das Haupt-Chapel durch die German-Military-Forsche, während der 2. Welt-War-Warum, und es ist zu sein, extrem schmerz. Als zwei Menschen die Schmerzen, sie sind schocken, wenn sie unerklärte Sprüche hören, die durch ihre 2-Way-Radio kommen. Also, das ist ja schon wieder mit dem Sony Ericsson K7... Also, der Sound auch. Warum habt ihr denn so Angst, ihr Knarren? Ihr habt fucking automatische Waffen. Ihr habt fucking Maschinengewehre. Wenn ein Geist kommt, halt ihn einfach ab. Ja, aber wo steht denn das Radio? Wo steht denn das? Aber ich finde das schon... Also, die Vorstellung, nachts irgendwie in so einer... in so einer verlassenen Kirche rumzulaufen, stelle ich mir schon sehr creepy vor. Da stand eine Box neben denen. Achso, okay. Ich dachte, die wäre ein bisschen weiter weg. Das war's. Ja, Mrs. Claudia, vielen, vielen Dank. Das war's. Das war's. Ja, ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist komisch. Das ist komisch. Das ist komisch. Das ist komisch. So, es ist, es ist alles... Es ist, es ist theoretisch möglich. Vielleicht war das einfach nur ein Kinderfunkgerät. Vielleicht war das einfach nur ein Kinderfunkgerät. Wenn du hörst, wie der Lost Place besucht mit Freunden auf jeden Fall. Sobald ich wieder in Deutschland wohne, würde ich gerne mal wieder auf so eine Lost Place tue. Wenn er kommt, sieht er etwas wunderschönes und beginnt zu recordieren. Was er kaputtet, ist wirklich... Bizarre. Mann, er hat nicht einmal besagt und sagt, was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Oh, da war eben. Oh, da war eben. Oh, da war eben. Ja, da war eine Person. Da schon bewusstlich. Warum muss das deswegen ein Geist sein? Hä? Was ist jetzt los? Das stimmt, das hätte auch eine Katze sein können. Före. Schau? Oh, da hast du die Lost Place Videos von KC Adventure unter anderem. irgendjemand oder irgendetwas kleiner und kümmer, können los nach dem zweiten Fl fellas lehnen, die Bescheid haben. Das war wirklich starb in der Kasse. Ah, wobei, der rennt ja wirklich weg. Wo kann das sein? Es ist fast so, als hätte er oder sie genug Zeit gehabt, da rauszulaufen. Die Sache ist, warum ist das jetzt paranormal? Das könnte einfach irgendein Urbexer sein, irgendein Lost Placer, der sich dachte, oh fuck, da ist jemand mit einer Taschenlampe, wir müssen hier weg. Dann geht er von der anderen Seite raus, weil auf der anderen Seite wahrscheinlich auch Fenster, springt raus, er pisst sich und natürlich ist da niemand mehr im Gebäude. Ja, voll die Mystery, da war einfach irgendjemand. Weiß nicht. Also diese Videos waren jetzt alle irgendwie ein bisschen wack. Das war wirklich genau das Gegenteil von dem Video, was wir uns das letzte Mal angeguckt haben. Das letzte Newkstop5-Video war so strong, wirklich. Das war so gruselig, so gut vor allen Dingen auch. dass ich draußen ein YouTube-Video mache, auf Vic. Ja, dieses hier. Aber das hier, na, Dicker. Aber war trotzdem unterhaltsam. Hat trotzdem Spaß gemacht, war dennoch ein guter Stream. Ja! Alright, liebe Freunde. Ich würde sagen, ich beende hier. Ich würde sagen, 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 ich Bis zum nächsten Mal.